Ach Gott sei dank bin ich wieder ich selber. Furchtbar. Es war ganz schön mal jemand anderes zu sein, aber ich bin, ich bin eine viel geilere Person so weißt du. Natürlich, natürlich Mo. Rückzug. Was? Oh er ist ein Schwein. Ich hab den Hasen nicht getötet, äh das Kennenlchen. Und den hab ich noch nicht mal gesehen. Ja siehste, ich sag doch ich hab das nicht getan. Ja so, solange ich es nicht sehe ist es nicht passiert. Siehste? Gut ne? Klaun! 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 alles geplant ich wollte für lacher sorgen das ist doch so schön für die Gäste oh ja du bist so schön er sieht aus wie velcos in hässlich bis ich gerade überlegen wenn noch mal welches war welches war ich hier ja mein neuer main champion seit ein paar monaten auf ap oder auf support ich hab den einmal als supporter im jungen das macht sinn ich spiele immer wenn wir wenn wir 3 und 3 machen die meiste zeit und da habe ich ungefähr 80 prozent winchons die runter gesprungen ich bin ich bin da in dem graben drin du bist irgendwo über mir ich sehe dich ich habe ich den sprung auch noch nicht regeneriert lieber noch das sollte ich ja ich dachte jetzt so du wärst ja aber das war irgend so ein anderer typ nämlich war da oben in der mitte jetzt seit zwei tagen habe ich übrigens beta zugang zu heroes of the storm und mag auch und haben wir mit oli und serkan schon ein bisschen gespielt es ist auf jeden fall lustig muss man sagen ist aber natürlich so mega vereinfacht einfach im vergleich zu dotter oder league of legends oder irgendein anderes wo ja es gibt keine items du steigst nicht individuell auf sondern das team bekommt insgesamt erfahrungspunkte wenn man kämpft bekommt jeder aus dem team der an den kampf beteiligt ist die kills gezählt also es gibt quasi keine assists durch für fertig übrigens ja es ist sehr einfach gehalten aber es macht trotzdem eigentlich eine menge spaß gerade weil es gibt da halt richtig viele verschiedene karten und auf jeder karte kannst du andere objektiv machen zum beispiel da musst du so altare einnehmen um so ein drachen zu beschwören zum beispiel der dir hilft oder dann gibt es eine piraten map wo du von jungle cams so münzen bekommst du dublonen und die kannst du dann dem piraten könig geben und dafür dann schießt er mit seinen kanonen auf die gegnerische basis und da gibt es ganz viele ich weiß nicht fünf oder sechs verschiedene maps bis jetzt und das ist halt mega lustig irgendwie kann ich das auch machen und nur noch ein millimeter hoch zu weit aber ist fertig weg hier darum finde ich auch richtig lustig oder das eine von overwatch aber das dauert noch ein bisschen ich hoffe dass es nicht keine enttäuschung bin ich auf jeden fall darauf gespannt es ist ja auch im grunde genommen könnte man das so das geht ja auch schon in richtung moba weil jeder charakter seine eigenen sachen kann und du spielst ja auf den karten und objektiv teilweise insgesamt ist es aber natürlich ja ja das sowieso ist wie wie heißt das hier auf auf steam also ich dachte jetzt an dieses super monday nights blablabla bin ich eigentlich mitglied unserer gilde hier kann man nämlich schon noch so ich bin kein gildenoffizier bist du gildenoffizier weiß ich gar nicht mehr ich guck mal ich kann offizier das ist nichts gut so weißt du so ganz okay dann gehen wir woanders hin ich muss das mal zu offizieren machen die tage ja kann man solche quests nämlich auch markieren ach so das hat jetzt da reing ja ja da stand halt dass ich kein gildenoffizier bin schade da hinten haben wir noch ein sehenswürdigkeit rückzug rabuke was das war knapp das war für mich sehr knapp du konntest darüber bist ja auch voll der obernoob alter mit deiner mit deiner katharina ultiklasse ich kann einfach nicht springen das ist total dumm ich bin so langsam ich habe nichts womit ich mich fortbewegen kann hier irgendwie soo raus hier ähm gehen wir hier links lang aua let's go das ist so Norden oder wie die heißen ne ja einfach mega groß ja da habe ich letztens neben einen gestanden da sah ich aus wie ein standgebläse also ich war wirklich mit kopf mit ja so 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 was wie ein staubsauger ach ok äh aber halt zum luft boosten damit dir kühl bleibt weißt du also für den sommer so ne art klimaanlage ja 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 und der vergleich passt halt deswegen weil die sind wenn du so daneben stehst ne sind die genauso auf hüfthöhe weil wenn du dann sitzt weil wenn du dann sitzt sind die halt sind die halt so auf kopfhör weißt du das ist so ok doch macht Sinn macht Sinn ja der heißt dr bieber ja äh könnte ich direkt wieder hinterher werfen auuu wow schießt das teil der raketen auf mich ey guck mal der mag dich weißt echt nicht was ich diese ganzen fische anjahreplaner doch weißt echt nicht was ich diese ganzen fische anjahreplaner doch boah er stunt mich die so ist ja direkt wieder gespawnt oder was unglaublich und er ist direkt wieder tot voll der obernub ey volle obernub ey what the fuck zeit echten schatten anzurichten ach schrei für mich kleine ziege gewinne adrenalie hmm lol wir machen die ganze zeit nebenbei ein oh guck mal ne krähe kasek kennste in dem dem film und serie er das oft äh gib їm wa wieso da wew da was was fuSee ist denn das er will daß sich irgendwelche harmlosen Tiere töte aki ich av XP willst du also keine das wie lault Ich humpel Einfach abschütteln Yeah, fertig Auf den, äh, Linkspunkt holen Schneller humpeln Könnt ihr mich nicht einfach mal anruhen lassen? Nein! Auf keinen Fall! Because of reasons Wie lange ich am Humpel wieder Ein paar Dinge verkaufen, so, hier den ganzen Schrott Das kann weg, das kann weg Mhm Mhm That's my, uh Mhm Mhm Dann gucken, was der hier verkauft Harte Boden stärkt die Wurzel Crap, crap, crap Geil, wo gehen wir als nächstes hin? Ähm, ok, gehen wir da lang Kommen Sie, kommen Sie Ich bin hinter Ihnen Ähm, 25, fast 26 Gleich, 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 gleich Hm, das ist neu Ich sehe gerade, wir haben da oben beim Berg noch ein Dingspunkt vergessen, komm mit Wurzelberg 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 Ja Warte mal, sag mir nicht, das macht mich schneller Oh, ein Waschbär Hahahaha Ich habe keine Ahnung, was passiert ist Ich wollte ihn nur angucken und auf einmal ist er einfach geplatzt ein high five mit dem landscherz und dann... tot der war tot wow wow was wollen die denn kann man ja nicht mal lang gehen alter bin mal gleich angegriffen wie schon wieder ein drittel von der leiste von dem herz hier fertig habe das passt schon so viel weiß ich nicht weil ich vip bin wahrscheinlich vip vip pp was vip 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 Hat er gerade bei dir auch so offen Geräusche gemacht? Nee, die hat, das war eine Frau und die hat sich bei mir gerade angehört, als wenn sie so, ähm, so ein Anime-Mädel wäre, die gerade so, so, weißt du was ich meine? Tentakel. Okay, Tentakel-Anime-Mädel, da kenne ich mich gar nicht aus, ganz. Nein, nein, leider gar nicht, leider gar nicht. Schade, schade. Lass mal eben da oben den Punkt holen. Hattest du etwa ein Level Up? Das war ein Level Up. Boah, geht shit, Level 60. Tentakel. Geht schon voll ab, der Typ, ey. So, und lass mal ihm zu dem Lager da das Herz zu Ende machen. Okay. Ja. 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 ich Oh, hier wird gar nicht das Herz gezählt. Kommst du? Ja, ich war nur grad verwirrt, wo der Ausgang ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Fertig. Ich brauche noch ein bisschen. Ich glaube eine vielleicht noch. Da unten. Ja, Banditenschläger. Kannst du eben machen gehen. Da. Da. Okay, noch einer vielleicht. Ja. Ja. Easy. Eingehen wir da lang. So, gleich ist auch schon wieder Feierabend. Oh, ja. Eigentlich hätte ich sogar weiter gemacht, aber morgen habe ich einen Termin um halb elf. Okay. Ein Vorstellungsgespräch, um genau zu sein. Abo. Abo. Darf man auch schon verraten, wo? Äh. Oder nicht. Wie bei mich, ne? Ja, ich war ja schon bei... Eigentlich war ich schon da gewesen. Ähm, da war aber halt so ein Gruppentag quasi. Und jetzt sind Einzelgespräche. Und zwar bei der Firma Teddy. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so in einen Euroladen. Ja. Und ähm, die machen jetzt halt einen Online-Shop auf demnächst. Und ähm, da wird halt eine neue Abteilung für aufgebaut und da würde ich halt quasi arbeiten im Lager. Ja. Ich kann nichts sehen. Nice. Aber ich dachte, die suchen immer nur kompetente Leute. Hahaha. Ja, ja. Schon richtig. Aber, weißt du, ich bin halt sehr gut in Fälschen. Ich kann dann Photoshop bedienen und so, ne? Nice. Okay. Ich guck mal rein auf der Karte, wo wir sind. Keine Ahnung. Gehen wir da mal lang. So. Perfekt. Haben wir hier nochmal einen Wegpunkt. Okay. Hier. Hier. Hallo. Tja. Ja, mit dem Wegpunkten haben wir es dann ja fast schon. Alle. Ja. Wir haben auch fast noch einen Wegpunkt. Mein Tagesziel erreicht. Aber auch nur fast. Hat er ja so gesagt, so pro Tag theoretisch ähm, Dingens, 10 Level. Das wäre so das gewesen, was ich erreichen wollte. Ja, aber eh höher, ne? Bist du langsamer. Ja. Aber 26 ist 26 schon ziemlich gut. Schau, morgen 30, 35 ist bestimmt machbar. Vorhin, weil wir hatten heute auch eine Stunde weniger, muss man bedenken. Genau. Und morgen kann ich dann auch länger theoretisch, wenn wir Bock haben. Ja. Ja, dann kommt das obligatorische, ups. Ich hatte vergessen, dass wir geschrieben hatten. Noch ein bisschen Updancen hier. Ach, warte mal. Man kann mit... Nach oben drücken? Ja. Ach. Opangandam Style. Oh. Opangandalf Style. Oh je, oh je, oh je. Biatch. Ich verbeuge mich immer wieder von dir. Ja, das ist auch richtig so. Ich bin deine Königin. Kannst du auch. Tja, das war's für heute, für den Mittwoch. Nein. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Ähm. Morgen, Donnerstag, 20 Uhr geht's weiter. Dann... Theoretisch wieder bis 12, beziehungsweise 0 Uhr. Eventuell auch lecker, das Sack geht's davon ab. Und dann schauen wir mal weiter. An dieser Stelle vielen Dank nochmal. Und auch vielen Dank an den Herrn Geryl Massia. Kein Problem. Ich bin... Und dann sehen wir uns, äh, morgen. Tschüssi. 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 Tschüssi.